Wenn Sie unter Gelenkschmerzen, anhaltender Steifheit bei der Bewegung von Armen und Beinen, akuten Schmerzen während der Bewegung, Gelenkentzündungen oder Rötungen und eingeschränkter Mobilität leiden, achten Sie bis zum Ende dieses Videos. Hallo, mein Name ist Dimitri und heute erzähle ich Ihnen alles, was Sie wissen müssen, bevor Sie das Vital Cannabis Öl kaufen. Ich habe auch zwei sehr wichtige Warnungen, also achten Sie gut auf das, was ich zu sagen habe. Das erste, was Sie wissen müssen, ist auf die Webseite zu achten, von der Sie es kaufen werden. Denn das Vital Cannabis Öl wird heute nur auf der offiziellen Webseite verkauft. Um Ihnen zu helfen, habe ich den Link zur offiziellen Webseite in der Beschreibung dieses Videos und auch in den angepinnten Kommentaren hinterlassen. Was ist das Vital Cannabis Öl? Funktioniert es wirklich? Und die Antwort ist ja. Es funktioniert und nach zahlreichen Labortests haben Wissenschaftler eine natürliche Formel mit konzentrierten Inhaltsstoffen identifiziert, die in der Lage sind, Schmerzen sofort zu lindern, entzündliche Prozesse zu beseitigen, die Gelenkbeweglichkeit wiederherzustellen und die Lebensqualität zu verbessern. Das Vital Cannabis Öl enthält in seiner Formulierung mehr als zehn sehr potente natürliche Inhaltsstoffe wie Hanfsamenöl, Omega-6 und 30 und 9, natürliche Antioxidantien, Vitamine und Proteine. Also ja, können Sie diesem Produkt vertrauen? Es gibt viele Menschen, die mit dem Vital Cannabis Öl großartige Ergebnisse erzielt haben und auch Sie können Ergebnisse erzielen. Allerdings sollten Sie bedenken, dass jeder Körper anders reagiert. Dies ist eine ziemlich offensichtliche Aussage, aber ich erwähne es, damit Sie realistische Erwartungen an Ihre Behandlung haben. Außerdem müssen Sie die Behandlung mit dem Vital Cannabis Öl ernst nehmen, um Ergebnisse zu sehen. Andernfalls werden Sie keine großen Ergebnisse sehen und sich tatsächlich frustriert fühlen. Sie könnten die ersten Ergebnisse im ersten Monat bemerken, aber die meisten Menschen sehen bessere Ergebnisse nach drei Monaten Anwendung des Produkts. Es ist auch wichtig zu wissen, dass das Vital Cannabis Öl keine Nebenwirkungen hat, da es natürlich ist. Deshalb wollte ich dieses Video aufnehmen, um Ihnen zu sagen, dass Sie auf die Webseite achten sollten, auf der Sie das Vital Cannabis Öl kaufen möchten und auch wenn Sie das Produkt kaufen, sollten Sie die Behandlung genau befolgen und sie ernst nehmen. Denken Sie daran, dass Ihre Ergebnisse sehr unterschiedlich zu denen von anderen